Hallo und Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Thomas. Ich werde Sie auf Ihrer Tour durch Südtonnen begleiten und Ihnen von Zeit zu Zeit interessante Informationen zukommen lassen. Sie sind gerade dabei, den Aussichtspunkt Ullebüll zu verlassen. Wenn Sie dem Tourenplan in Google Maps folgen, fahren Sie anschließend auf der Klangsbühler Straße nach Westen. Auf der rechten Straßenseite liegt auf einem Sander der Nibüller Stadtteil Ullebüll, die bereits in den vorbereitenden Videos erwähnte alte Aussiedlung von Langs-Umtoft. Sie überfahren anschließend den Bahnübergang über die Bahnlinie nach Tondern. Diese Bahnstrecke ist der nördliche Abschnitt der Marschenbahn, die im Jahre 1887 erbaut wurde und von Hamburg-Altona nach Hoyerschleuse, dem ehemaligen Fährhafen nach Sylt, führte. Heute kann man über diese Strecke von Nibel aus im Stundentakt Tondern, Riebe und Esberg erreichen. Anschließend fahren Sie auf eine Straßenkreuzung zu. Rechts auf dem Sander liegt Nikos Taverne Rhodos, ein in der Region bekanntes griechisches Lokal. Vormals hatte dieses Lokal den Namen auf der Huck, übersetzt kleine erhöhte Halbinsel. Gemeint ist der bereits mehrfach angesprochene Sander, auf dem Ullebüll liegt. Hier soll sich vor der Eindeichung des Gotteskoges ein kleiner Hafen befunden haben. Kurz hinter der Kreuzung sollten Sie rechts vor der Friesentöpferei anhalten und auf dem Parkplatz der gegenüberliegenden Straßenmeisterei die überdimensionale Messlatte in Augenschein nehmen. Hier wird dem Betrachter deutlich, wie hoch das Wasser der Nordsee zu den jeweiligen Sturmfluten an bestimmten Orten in Nordfriesland stand. Nun aber viel Spaß an diesem Besichtigungspunkt. Ich melde mich anschließend wieder bei Ihnen.